die sache ist halt auch dieses ganze dein freund dimitri ding damit hat er mich nicht so wirklich gecatcht sondern eher misstrauisch gemacht wenn mir jemand so was die ganze zeit schreiben würde in jede fucking nachricht ich hätte meine zweifel das kann ich euch sagen wir müssen jetzt ein bisschen geld ausgeben alt verfügbar alt verfügbar gibt es nichts gutes davon kaufen wir ein bisschen was modell bald verfügbar dafür haben wir genug das ding möchte ich nicht bald verfügbar dafür haben wir gekauft mal eine davon alles bald verfügbar ja die beste was haben wir hier nix okay wunderbar ja immer safe bleiben so ist es überlegt nur gerade kann man hier irgendwo sich vielleicht noch heilen oder so was zu essen kaufen wo wohne ich ist es weit weg es ist gar nicht mal ich glaube hier wohne ich auch irgendwo in der nähe dann fahren wir einfach mal hin weil es auch sowieso in der nie ist und dann gucken wir mal oh hier lang oh gott oh gott oh gott oh gott so ups perfekt ich fahre super hier ist irgendwo das restaurant wir sollen da lang ja hat super geklappt sind wir in dem club wohl noch willkommen fällt mir irgendwie schwer zu glauben ups okay das hat schon mal funktioniert das auto hat aber auch echt gar keinen guten grip das ist eigentlich richtig kacke so oh gott das ist das restaurant ja das sieht ja super aus naja besser als nichts ne ein dollar für ein bürger das geht eigentlich echt für was er hat es in der küche auf den boden geworfen habe ich das richtig verstanden ich muss mir kurz was neues zu trinken entschütten moment sie hat gesagt i dropped this in the kitchen glaube ich das hat sie gesagt für ein dollar okay ich verstehe warum oh gott aber vielleicht hat dropped ja auch noch eine andere bedeutung aber im ersten moment wenn du hörst dass du hörst dass du hörst das ist schon ruiert ich hasse das auto wenn ich ehrlich bin es ist richtig schrecklich bin froh dass unser kumpel mit am start ist so sind wir immerhin nicht ganz alleine falls wir beschissen werden was sich jetzt schon so anhört oh lord wo sind wir hier und ich bin froh dass du dir gemacht hast die Hast du Geld? Klar. Aber ich wollte nur sagen, wie ich mich und meine Bossen sind für was du gemacht hast. Gut. Ja. Und ich wollte nur etwas probieren mit dir. Okay. Du bist Nico Bellic, richtig? Was ist das? Und du arbeitest an der Mediterranien arbeiten, die Leute in Italien zu tun? Ich weiß nicht, was du bist. Aber du hast ein paar Schmerzen. Du hast ein guter Freund von mir aus. Big time. Hallo Nico. Hallo. Mr. Bolgarin. Ross. Wo ist dein Geld? Ich weiß nicht. Ich habe dich nicht. Wir sind wirklich? Wir sind ein Meter auf der Straße. Ich hatte für mein Leben zu schwimmen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe fast geblieben. Mein Herz ist schmerzend. Ich habe mein Bestes gemacht. Ich habe mich nicht schmerzend. Ich habe dich nicht schmerzend. Gott! Gott! Na, das war irgendwie klar. Wir versuchen es erstmal so gut es geht mit der Pistole. Ich habe mich nicht schmerzend. Oh man. mit dem Meer. Mit dem Meer habe ich ihn auf seinen Arm getroffen. Mann, was ist das hier wieder für eine Eskalation? Okay, ich habe ihn auch auf seinen Arm getroffen. Den sind wir los. Ich wollte nur gerade erstmal ausprobieren, dass ich ihn loswerde. Tschüssi. Ja, hier sind ein paar mehr als gedacht. Oh, das war er. Das war nicht so günstig. Puh. 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 Ja, dass Dimitri uns auch noch verarscht, ist irgendwie echt weird. Die Sache ist auch, was ich nicht ganz verstehe, muss ich sagen, ist so ein bisschen, warum Dimitri uns da, was das angeht, auch noch verarscht hat. Weil hätte er nicht einfach denen das Geld geben können, aber er wollte es halt einfach nicht. Das ist so das, was mich wirklich enttäuscht. Ich meine, ich habe damit gerechnet. Aber ich bin trotzdem enttäuscht. Oh, oh. Oh, oh. Ja, rennt ihr mal lieber, das ist besser für euch. An Munition nehme ich auf jeden Fall mit, was geht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Oben liegt auch noch ein bisschen was. Hallo. Entschuldigung, bitte unterlassen Sie dies. Ah. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, sein Glück, würde ich sagen, ne? Hier geht's auch nochmal hoch. Das nehme ich natürlich auch mit. Hier geht's auch noch einen höher. Aber da war, glaube ich, keiner. Deswegen sparen wir uns das wohl besser. Ja. Wo ist denn jetzt Jacob? Ähm, das ist jetzt ungünstig. Ja. Komm, Jacob. Na, klasse. Er kommt halt wieder nicht. Deswegen bin ich am liebsten allein unterwegs. Wo ist er überhaupt? Ich sehe ihn nicht mal. Ja. Danke, dass du mir das jetzt sagst. Find mir, Kiara. Get out of here. Komm, the hell back. I'll get that shit stay in myself. Officer, proceed. And now. She's safe. Everything collapsed right here. Fall an all over there, please. Lose them. I'm trying to fucking lose them. No one fucked up the game back there. What went wrong? I don't fucking know. I can't think about it now. I need to shake these fucking games. Pigs. But I'm just a whole other man down. You're right to stretch your neck off. Danke für das Kompliment, I guess. Ich appreciatee das sehr. Oh Gott, was war das für eine Eskalation. Natürlich. Nach dieser Party. I see you. I told you Dmitry was a snake in our grass. Wait. I didn't know that Mr Baugran was here in Liberty City. If I could have killed them all then and there Just chill Niko man, one at a time, one one cocafeele basket, see, we find out where Dimitri is, then BAM, take the rest of them out, just keep your head down until then. Fucking Dimitri, made me kill Faustin, then he sell me down the river. Just go Niko, the boy is a general, you know what I see, he's gonna make his own downfall, die I had a monkey climb, the more I'm exposed him, you see it? I will bring Dimitri down myself, I promise you this. Joa, kann ich verstehen nach dieser Aktion. Puh, das war ne Eskalation, kann ich da eigentlich auch reingehen, sieht irgendwie voll so aus. Anscheinend. Um ihn über die Situation zu informieren, ja, ich denke, das machen wir mal. Die D ist nicht schlecht. Klingt ja mal wieder vielversprechend. Oh Mann. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das, was passiert ist, ich hab genau damit gerechnet. Also, ich bin jetzt nicht schockiert darüber. Leider, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Leider, leider. So, mal gucken wir uns jetzt verarscht. Roman. Roman, where are you? In here. I'm stuck. Let me out. Shit, man. Roman, what are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word. So we're dead? More or less. Everything was fine before you. Yes, yes. Fine, and now this? Thank you. Thanks a lot. Esveni. Nevidna. What's done is done. Yes, but there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe, who lives by the Adriatic. Yeah, yeah, he's here now. Great. I'm sorry. I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot Russians. I will kill every one of them. No, that's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? Ah. We can lay low. And start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. We can pick up our stuff and then get out of here. I'll call Mallory. She might have somewhere we can hide out. Okay, wir hauen also ab. Was ist jetzt der Plan? Oh, die haben uns angerupt. Wahrscheinlich machen die das immer so unter... ...Kollegen. Listen, me and Nico are in a bit of trouble. Um, need to get out of broker a few days. Any of your cousins have a place we can use out in Bowen? You're an angel. Beautiful and kind. I love you. We'll see you there. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about getting out of the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. You and I had a place of our own. A place where people come to eat and relax. Classy place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Talent. It's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream you've met the right woman. She's beautiful. Pure like my Mallory. In the dream, Mallory and me are married and... Everything is perfect. This could be the start of that. It's fresh to begin. All I know is we have to get as far from the theater and Fulgurin as we can. We will. But I have left something important in the apartment. Something I must show you, cousin. What is going on? Holy fuck, it's fucking burning. The whole place. I've got to go in. I've got to get something. Leave it, cousin. This place is gone. They burned it. They burned it, Nico. I wanted my auto actually have. That's right here. There's still here. There's still here. Do you know how long it took me to get the place of my own? You got after the boat and I was here for you. I know you were. I got here and I had nothing. Nobody. I worked my way up from the fucking dirt. Oopsie. Ungünstig. Yeah. Surprise. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Bohab. You still have her. And you. For all the good you've done me. Shit. I have many young girls to get. Do you know how long it took me to get set up here? You don't, because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally, I bought a cab. And then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed. I've been beaten up. I was kidnapped and then shot in the stomach. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Just great since you showed up. You remember that time when we went to the bar back home and found it raised to the ground? Just a pile of rubber. Everything smashed. Except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait. I don't want to talk about back home. We're here in America now. And I should be thinking about my life here. My life, which is ruined. Just drive. Shut up. Drive. Hey, beautiful. What's up? No, what do you mean? I haven't been crying since my allergies. Nicole's wearing this in a cologne. You're trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins. Are you there? Great. See you in a bit, beautiful. My dream? It was just that. A dream. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have nothing. I told you. You still have Mallory. But I wanted to really have her. I wanted to marry her. You can still do that. I had bought her a ring. That is what I wanted to show you. It was a beautiful ring. It was bloody. Now I have nothing. Come on. Roman, pull yourself together. You've been here before. Hustative, mental attitude. Come on. At least they want me dead and not you. I do not think it will be much difference to them, Nico. One dead Balik will give them a little bit of happiness while they wait for next. I do not care though. We are in this situation. We must deal with it. Bring on Bohan. Okay. Na, klasse. Here we are. The beginning of our new lives. Again. Not so bad. I mean, I don't think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes. Great. Come on. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right. I'll start with you. What's wrong with you? Fifteen minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit and we're going to be killed and you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot. Not an optimist. I was bored of broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, yeah. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? March. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. I know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, papi. Mwah. Mwah. And have a shower. You smell a little, um, mature? So, I guess we start again. Sure. I'm going out. Tiefpunkt. Ja, das trifft's gut. Wo genau wohne ich hier? Hier? Ja. Gut, ich würde sagen, wir speichern. Ist das hier? Komm, schnell her, Alter. Wir brauchen die drei gefährlichsten, besten, bissigsten Motherfucker in ganz Liberty City zusammen in einem Raum. Im Ernst, Mann, ja. Das machen wir aber nicht heute. Ähm, ich geh mal kurz auf leise, so. Wen haben wir denn jetzt hier? Das ist, ach, das ist Many. Okay, ich hab keinen Plan, wer das ist. Ich dachte, das wäre Mallory. Und Brucie haben wir immer noch hier unten. Unser Haus haben wir hier nicht mehr. Surprise. Ich muss sagen, an die Sache konnte ich mich echt nicht mehr erinnern. Aber ich würde sagen, ich speichere hier. Ja, das sieht wunderbar aus. Ähm. Und mache auch, denke ich, für heute Schluss. Gut, auf YouTube verabschiede ich mich. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was uns hier in dem neuen Versteck erwartet. Und mit wem wir hier jetzt so zusammenarbeiten können. Bis dahin. Ich bin cool. Untertitelung des ZDF, 2020